Hey, mein Herrer Bauchmann, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Minecraft zusammen aus und zu dem Malenski. Malenski! Moin. Wir spielen heute den YouTube-Maker. Genau gesagt, das ist der YouTube-Maker eine Maschine, wo verschiedenste YouTuber rauskommen werden. Die solltet ihr alle kennen. Alle, glaube ich. Also könnt ruhig mitraten. Ich bin sehr gespannt, ob ich die ganzen Namen was sagen. Genau. Gegen diese YouTuber müssen wir uns hier verteidigen. Wir haben hier immer eine ganz, ganz kleine Base, die wir erweitern müssen. Mit neuen Waffen. Wir können uns Waffen kaufen, können verschiedenste Barrikaden errichten. Wir haben eins, zwei. Guck mal, das hier ist neu. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Barrikaden haben wir zusätzlich noch Waffen. Ich bin sehr gespannt, ob wir die ganzen Wellen schaffen. Jede Welle ist ein neuer YouTuber. Lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch gefällt. Und ich blende jetzt hier auch mal ein, wie viele Leute nicht abonniert haben. Das sind nämlich sehr viele. Also checkt nach, ob ihr abonniert habt. Würde ich mich sehr freuen. Let's go. Let's go. Oh, der beste YouTuber der Welt ist als erstes Traditionier. Boah, das klang so arrogant, Alter. Das war ein Schock, hallo. Wir wissen doch alle, dass der beste YouTuber aus dem Melina ist. Was? Hey, ich bin fast tot. Ich bin voll stark. Der beste YouTuber, das ist der Bengtster. Der Bengtster. Nice. Gewonnen. Gewonnen. Werde Nummer eins. Ich hoffe, der hat ja gar nichts drauf. Wir haben nur fünf Punkte bekommen. Nein. Fünf Punkte. Ich muss mal am Essen kaufen. Du stirbst einfach. Stirb einfach. Ach ja. Nee. Ich will ohne Daphilina. Geld verschwende. Wer als erstes stirbt, hat Fußpilz. Na gut, dann habe ich halt Fußpilz, aber dann spare ich Geld. Okay. Das heißt, jeder... Achso, nee, aber wir müssen trotzdem auch zusammenarbeiten. Ups. Evo. Das ist Evo. Evo ist gar keine YouTuberin. Ja, sie hat mal kurz Videos hochgeladen. Das stimmt. That's true. Das waren zwar nicht ihre Videos, aber sie hat sie hochgeladen. Ey, die kann Blöcke platzieren. Guck mal, was macht denn die? Was ist die im Plan, ey? Sie macht Block, äh, Dingsbums. Blockheimer. Die Target, die ich... Ey, warum hast denn du jeden einzelnen Punkt bekommen? Ja, weil ich halt die krasseste Biff von allen bin. Was haben wir denn überhaupt hier? Zehn Euro können wir uns nicht leisten. Walle vor allem. Wandkämmler. Magna Pit. Walle. Firewall. Landminen. Walle. Forcefield. Lasergeschütz. Drohne. Aha, Laser. Eis. Honig. Tja. Glieder. Gibt neun. Oh je, wie ne, der Jonas. Nackig. Mann, das ist Jodas Skin, der kann sich ausziehen. Das habt ihr bestimmt mal in dem Video gesehen. Alter, der blutet voll heftig. Was ist mit dem los? Äh. Tomatensauce. Ey. Sieht halt echt was wie Tomatensauce. Weil er veganer ist. Wieso kriegst du denn du alle Punkte? Soll ich das Ding erst, das Ding kaufen? Wir kaufen irgendwas, ja. Ne Wand. Ne Wand ist immer ne gute Investition. Ne Wand macht aber kein Damage. Na und, aber sie bewahrt uns davor, dass wir das Spiel Game Over hitten. Elina, jetzt ist Elina dran. Ey, du hast Speed. Ich bin, Alter, Kaffee getrunken. Ich hab Fußpilz. Oh mein Gott, obwohl ich mir nix zu essen gegönnt habe. Du bist ne Sekunde danach gestorben. Alter, du bist voll stark. Ja, ich bin am, äh, nicht mehr. Boah, mein Head muss auf den Zaun bleiben, glaube ich. Das ist klug. Ja, genau so. Wir haben ihn doch gekauft, ey. Wieso benutzen wir ihn nicht? Eigentlich halt echt voll dumm, ne? Nice, ich hab end... Hä? Du hast das gekauft. Ich hab dir dein Inventar rot gelöscht. Ne. Äh, ja, wir rushen erstmal weiter durch. Wer aktuell... Wie kann man hier das denn noch machen? Farbo. Wir haben Farbo, Marbo. Farbo, Marbo. Natürlich eigentlich doof mitzuraten, weil die Namen stehen ja drüber. Und wir sagen sie auch. Au, 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 au. Jawoll. Aber dafür kriegen wir keine Punkte. Scheiße. Oh. Wir haben einen ganz besonderen Kandidaten, ey. Pixelwolf. Jetzt konnte ich mich gar nicht mehr erinnern, dass der so aus sei. Krass. Oldschool, Leute. Doch, ich kenn den Pulli noch. Den hab ich mir nachgekauft. Gekauft? Ja, er hatte diesen Pulli. Den hatte er in echt. Und den hab ich mir nachgekauft. Und der hat keine Hose an, Alter. Justin, was machst du? Davon gibst du sogar noch ein Bild auf meinem Instagram. Ähm. Mr. Beast. Ja, Mr. Beast. Der soll mal ein bisschen Kohle rüberrücken. Ähm. Was wollte ich sagen? Äh. Ah ja. Also, ich weiß nicht, ob echt noch ein Zuschauer dabei ist. Jetzt gerade, der dieses Video guckt. Der damals schon mit Justin und mir geguckt hat. Also, das ist ungefähr her. Ja, okay. True, tatsächlich. Das ist her. Fünf Jahre? Sechs sogar. Sechs. Muss mindestens sechs Jahre her sein, weil ich hab ein Bild. Das ist... Oh. Ah, jetzt kommt der Skin. Troll. Oh, lol. Kannst du dich noch an den erinnern? Das war mal ein Bestrafungsskin. Ich, ich trag natürlich deinen Kopf. Alles klar. Ja, weil es ne Bestrafung mal von dir war. Den hab ich gemacht. Das ist mein Kopf. Ich weiß, ich weiß. Also, also, ja. Also, ich hab den gemacht. Aber viel drauf haben die nicht. Oh mein Gott! Boah. Ciao, wie die da haust du rein. Okay, die können dich also in die Luft schmeißen. Alles klar. Boah, die Wellen sind viel zu easy. Die sind halt echt voll easy. Trotzdem kriegen wir kein Geld. Nein. Er weiß auch, dass so wenig sind. Steinwand. Nee, die macht keinen Dammit. Steinwand. Landmien. Das ist, glaub ich, ein Eiter. Landeuer. Laser-Turbit. Ich hab einen Laser-Turbit. Nice. Machen wir da mit. Ja, hier oder was? Ja, hier. Oh. Da wollte ich das nicht. Da wird das doch gelöscht. Wack, wack, wack. Ja, kacke. Da wird das gelöscht, wenn wir das kaufen. Wir dürfen nicht die Stube. Wir dürfen nicht ein Magma kaufen. Ist das Magma? Nee. Nee, Mauer ist das, glaub ich. Letztfilm, Fabo. Letztfilm hat sich als Fabo versteckt. Vollstüge. Er hat sich verwandelt. Warte doch mal, Nina. Das Laser-Geschütz. Oh, ey, du hast kein Benehmen. Zu spät. Benehmen? What? Ey, Logo. Yo, jetzt kommt er. Der hat einen roten Namen. Pass auf, das ist ein Boss. Das ist ein Boss? Echt, jetzt? Ich weiß nicht. Der hat einen roten Namen auf jeden Fall. Die anderen hatten alle weiße Namen. Logo. 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 Guck mal, die lassen den einen vor. Jetzt, jetzt, jetzt. Wir sind dann, wir sind dann. Jo. Okay, ich hab jetzt schon mehr erwartet. Wir müssen, ey, lass mal all in Laser-Geschütze gehen. Verstehst du? Aber wir haben doch gerade gemerkt, dass es gar nichts bringt. Ja, natürlich. Das macht doch damage. Das ist halt schwach. Aber wenn du jetzt 20 davon hättest. Das ist auch schwach. Warte, lass mal gucken, wie lange der braucht. Perfekt, Nina. Ja, danke. Nee, doch, guck mal. Geht schon. Geht schon fit. Jonas und Trolls. Und Mr. Biest. Gar keine Probleme. Rake das Chris. Chris ist auch dabei. Nature boy. Nature boy. Oh nein, ich burn. Der Jonas hat mich angezündet oder sowas. Aber ich glaub, einer fehlt noch. Oder? Ben, du bist auch dabei. Nee, ich mein, einer war noch nicht dran. Oh, der hat jetzt schon mit den letzten Lippen rein mitgegeben. Ey, wir machen so langsam Cash. Ich spar auf das Netherite. Ey, ich brauch einen Punkt. Oh, der könnte ich mir kaufen. Gut, egal. Dann holen wir uns eine Leder. Oh, Leder kostet noch zwei Punkte, ne? Wir holen uns mal Eisenrüstung. Das reicht auf jeden Fall aus. Dann holen wir uns das Netherite-Schwert. Problem ist ja, ich hab auf jeden Fall Bock auf diese Laserwand. Lass das Save-Miles noch machen, Nina. Aber wir müssen am Anfang... Hey, aber wir haben noch kein Geld. Und dann verdienen wir kein Geld. Ja, eben, das wollte ich doch gerade erklären. Ey. Wenn die Laserkanonen einkillen, kriegen wir halt kein Geld. Deswegen erst mal Netherite-Schwert noch mal investieren. Wären die stärker eigentlich, oder nee? Ich hab ein Schild gekauft. Das hab ich aber eher aus Versehen gekauft. Ich wollte das eigentlich gar nicht kaufen. Als Nachhinein betrachtet, war es, glaub ich, eine gute Investition. Chris, aus dem Weg. Kollege. Wer fehlt denn? Oder haben wir alle gehabt? Oh, hier hat jemand ein Dias-Schwert. Ach, Mr. Beast ist das. Bei dem läuft die Dina. Äh, ja, ich hol mir jetzt ein Netherite-Schwert. Ich brauch nur noch... Ich hab 20. Und... Perfekt. Ein und du hast voll aufgeholt auf mich, ja. Loll. Äh, das wird jetzt ein heftiger Boost von Holz auf Netherite direkt. Ha! Natürlich. Boah, Logo hat einfach ein Netherite-Schwert. Hä, dann kriegen die bessere Ausrüstung, oder? Mit der Zeit. Die halten auch mehr aus. Die werden doch stärker. Jo, jetzt hat's mich auch erst mal erwischt. Alter, ein Herz. Gewonnen. Okay, wir haben... Das Problem ist, Epo hat hier so einen Block platziert. Da könnte man theoretisch... Ja, ja, kauf mal Magma. Magma Pit. Du hast grad genug. Perfekt. Die Nörperfeld. Ah, da, genau. Oh, das ist stark. Das ist stark. Alter, mein Schwert ist so stark. Yeah. Boah, wir haben so heftig aufgeräumt. Der, ich hab 34 Punkte gemacht. Boah. Firewall. Firewall ist schon... Ah, mir fehlt ein Punkt. Wie kann das denn sein? Jetzt hab ich alle One-Hit gemacht, hab kommst du ran, ey. Ja. Ey. Kommst du ran, kannst du rauskucken. 50, nice. Neu-Punkte-Rekord. Okay. Jetzt können wir auf jeden Fall uns easy das hier kaufen. Äh, genau. Jetzt haben wir die Feuerwand. Aber lass mal gucken, was... Genau, genau, genau. Was gibt's denn für Waffen hier überhaupt? Ah, okay. Die Knarren. Airstrike. Granate. Eartlingstrike kennen wir schon. Okay. Wir haben nicht nur die Feuerwand dazu gekauft, wir haben jetzt auch zwei Lasergeschütze. Oh je. Mann. Schon stark, hast du gesehen? Ja, ich bin wirklich stark. Hey, na warum denn? War das stark? Gibt halt nur keine Punkte. Das ist halt das Problem an der Geschichte, ne? Das ist das Problem an der Geschichte. Ja, ich bin so aus der Ripperino. Oh, Alter, hab ich viel Kohle gemacht, Halleluja. Ja, was willst du kaufen? Erstmal ein Netherreich. Oh, oder eine Waffe vielleicht? Nee, die geben ja keine Punkte. Nee, stimmt. Ja, Waffe ist dumm, glaube ich. Das Firework ist halt sau OP. Noch für 30 kriegen wir das Firework. Das war immer sehr stark. Ja, lass uns noch eine Welle machen, dann können wir uns leisten. Go. Fabo, Jonas, Jonas, Banks, Beast, Jonas, Beats, äh, Fabo, Banks. Beats ist neu, oder? Nee, Beats gibt's, glaube ich, nicht. Aber du sagst die ganze Zeit Beats? Ja, nee, ich hab, äh, gesagt, ähm, Beast. Ach, Mr. Beast. Aber versuch mal immer den auszusprechen, den du gerade schlägst. Das ist voll schwer. Fabo, Chris. Okay, Pixelwolf, Mr. Beast. Wie siehst du? Troll, äh, Banks, äh, Fabo, Mr. Beast. Troll, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Jonas, Pixelwolf, Naturboy, äh, Troll. Naturboy. Ja. Chris heißt Natureboy und nicht Naturboy. Ich bin Naturboy, aber klingt cooler. Fiese geschafft. 38, ja, jetzt können wir fett, ich kaufe Fiber. Oh, ich hab's schon gekauft. Hab's gemerkt, ey, hab's gemerkt. Warte, vielleicht hier jetzt so? Airstrike Reno nochmal oder so? Nee, das kann man nur einmal benutzen, dann ist die Kohle weg vom Fenster. Was ist das denn? Das haben wir noch nie gekauft. Revenue Regenerationsportion. Fünf Minuten Speed 1. Hä? Fünf Minuten Speed 1 ist eigentlich auch nicht schlecht. Jetzt müsste das eigentlich schon sehr OP sein. Okay, lass jetzt einfach mal defensiv stehen und gucken, was die Geschütze machen. Okay. Das sind jetzt schon vier Stück. Melina sprintete den Tod. Ah, nee. Feuerwerk. Ja, Moin, die kommen gar nicht durchs Feuerwerk, alle tot. Ey, das ist wirklich die OP-ste Sache von einem. Oh, Mr. Beast wurde dann nur noch abgeschossen von der Turret. Oh, Troll kommt durch. Fabo hat's weggerockt. Gerockt. Ey, die Geschütze muss nicht einmal schießen. Okay, ich lock sie an. Ja, unsere Verteidigung ist ja bärenstark, ey. Oh. Oh. Läuft. Kein Finger gerührt, aber auch kein Geld verdient. War auf jeden Fall klug, dass wir hier Feuerwerk genommen haben. Das war's mit Part Nummer 1, der YouTuber-Base. Wenn ihr Part Nummer 2 sehen wollt, in dem wir nicht nur die Base voll ausfahren und auch die neuen Granaten testen, auch 50 Geschütze-Challenge probieren und uns auch 50 Drohnen kaufen, die da quasi in einer riesen fetten Kugel hinter uns hinterher fliegen. Das sind auch so ein paar Experimente, die ich hier gerne auch probieren möchte. Lasst eine positive Bewertung da, wenn ihr das im nächsten Part sehen wollt. Abonniert den Kanal unbedingt. Bis morgen, euer Benson. Ciao. 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 Vielen Dank.